Das erfüllt Nico die Beschwerden des Alters noch nicht. Doch, er erfüllt die Beschwerden des Alters auch. Und Jackie auch. Und ich auch. Wir alle. Hast du's denn mal, Nico? Ja. Die Fingmen macht das nicht. Betatscht er dich schon wieder? Ne, ich hab die Taschenlampe benutzt. Ey, was? Bitte was? Bitte mal. Hier vorne ist ein Generator, by the way. Wo denn? Da. Wo vorne? Hier, vorne. Und den Toten. Wo hier vorne? Ich seh hier keinen. Ach da, Mensch. Na super. Der Doktor. Der Onkel Doktor. Der Onkel Doktor. Wie groß ist denn sein Terrorarmus, bitte? Sehr groß, anscheinend. Alter. Jetzt bin ich ja alleine am Generator auch gut. Ne, ich kann auch zu dir kommen, wenn du möchtest. Wenn du Gesellschaft willst. Ja, tut mir zwar leid. Oh Gott. Und da kommt der Doktor. Da vorne ist der Nächste. Ja, der Doktor kommt her. Oh, irgendwie rennt meine nicht. Renn. Renn. Ich will jetzt die andere bringen. Ja, in die Kisten reinsetzen. Wow, das war ja voll daneben. Oh. Wow, das war ja voll daneben. Wow. Ah, was? Erzähl mir mehr. Oh. Mann. Wow, Nico. Eau. Halt deine Schnauze. Verdammte Scheiße. Ich hab dich nicht mehr lieb. Na toll. Doch, doch, fisch dich. Ich mag dich. Ich hab dich nicht mehr lieb. 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 Ja. Ja, schön. Wer kommt da? Wer ist das? Ja, gar nicht mehr. Fucking Fingmin. 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 Trend 3, 4, 2. Ja, schön. Toller Name. Ah. Freund. Trend. Trend, 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 Trend. Oder T-Went. Oder T-Went. Wohl eher ... egal. Wow. Wow. Echt wow. Irgendwie leckt das spiel die ganze Zeit. Bisschen. Es läuft nicht flüssig. Es läuft nicht flüssig. Ne. Hey, wir haben gleich einen Generator. Äh, und ich habe Angst. Jetzt habe ich noch mehr Angst, weil der Generator war da in der Nähe. Hey. Oh, jetzt wieder einer. Hey. Jo, und was macht ihr so? Ich bin Generator fertig. Achso. Killermann, ich höre Killermann. Ich höre Killermann immer lauter. Ich sehe Killermann. Killermann ist in der Mitte. Die Killermann hat gesehen, dass ich hier bin. Wie immer. Die Killermann immer sieht, dass ich da bin. Killermann, Killermann. Wer, 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 wer schreiten da so? Ich bin jetzt ein bisschen verrückt. Ich bin jetzt ein bisschen verrückt. Hör auf, mach den Generator. Oh Gott. Entschuldigung. Tut mir leid. Nee, da sind schon alle an. Ja, aber auf der anderen Seite auch. Also gehe ich durch die Mitte. Oh, Killermann. Oh, Killermann. Killermann ist in der Nähe. Da. Da. Ich habe mich beruhigt. Okay. Großer. Was? Da ist er. Er guckt gerade. Siehst du ihn rechts? Mach das. Danke. Ich gucke in seine Richtung. Ja, er ist nur hier vorne. Ich war gerade abgelenkt. Das tut mir leid. Mein Freund hat Schiss gesagt. Alles gut. 1000 Punkte. Yeah. Komm her, Killermann. Ich will noch mehr Punkte. Ich habe einen Totem gesehen. Ich habe einen Totem gesehen. Was ich machen will. Killermann. Wo ist das? Killermann. Killermann. Ja gut. Fuck, wo waren jetzt die Ausgänge? Jetzt habe ich es vergessen. Fuck. Ich bin im Haus oben und ich sehe direkt auf einen Ausgang da, wo der Killermann gerade auf ist. Oh nein, wo ist der? Wo ist der fucking Ausgang? Ich auch. Jetzt geht der Killermann zum anderen Ausgang. Wo ist der? Wo ist der? Ich laufe hinterher. Ich weiß nicht, wo die Ausgänge sind. Wo? Was? Ach da. Ich nehme ab. Du weißt nicht, wo die Ausgänge sind. Aha. Aha. Da. Ich liebe dich. Hi. Wow. Aber der Killermann kommt zu euch. Nur mal so zur Info. Ach was? Erzähl mir mehr. Ich muss es ein bisschen früher sagen. Oh Gott. Marie. Mann. Ich habe es gesagt. Er geht gerade weg. Was will die F... Was will Ching Chong hier? Ding Dong. Geh weg. Wahnsinn, scheiß Ausgänge auf. Fuck Ding Dong. Die andere Ausgabe ist auf. Wir können nicht zu mir laufen. Geh weg, geh weg, geh weg. Aua. Fing mir den Ding Dong. Mann. Fuck. Was stimmt denn nicht mit euch? Was denn? Ich habe den Bug? Nein, ich habe den Bug nicht. Was denn? Ah. Ist doch alles gut. Mein Herz. Brr, brr. Was? Hm? Bitte? Jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. Schon wieder? Raus ganz schön viel, meine Liebe. Das ist... Du kannst nicht mal. Das ist... Du kannst nicht mal. Sag mal. Lass mich raus in dir. Du kannst nicht mal. Naruto. Was? Wo? Und Giotto. Giotto. Giotto.